Die 19. Echo-Verleihung der Deutschen Fonoakademie fand am 4. März 2010 am Berliner Palais am Funkturm statt. Moderiert wurde die Verleihung von Matthias Obtenhövel und Sabine Heinrich. Wie bei jeder Echo-Verleihung war der kommerzielle Erfolg der Preisträger ausschlaggebend. Der Echo 2010 wurde in 24 Kategorien vergeben. Die Branchenpreise für den Medienpartner, den Handelspartner, das Produzententeam. Das soziale Engagement und die Musik-DVD-Produktion wurden bereits während eines Wohltätigkeits-Dinners der Stiftung Musik hilft am 3. März 2010 vergeben. Der 2009 verstorbene US-amerikanische Musiker Michael Jackson wurde in die neu geschaffene Echo Hall of Fame aufgenommen. Live Acts Smooch Criminal Die Peschmode Yandelay Peter Fox Eminem Kültschel Candela Sido Lady Gaga Gossip Milo Kassandra Steen featuring Adel Tawil Emilia Naturini Peter Fox Lady Gaga Ramstein Silbermond Die Peschmode The Baseball's Cherone Eisblume Petrothar Köpper Daniel Schumacher Lady Gaga Gossip Milo David Guetta Marit Larsen Silbermond Peter Fox Yandelay Xavier Naidoo Rielmon Sido Peter Fox Janet Daniel Schumacher Silbermond Kassandra Steen featuring Adel Tawil Ich plus Ich Kültschel Candela Xavier Naidoo Eisblume Anmerkung Die kursiv geschrieben Künstler Künstlerin Gruppe sind bereits durch das Zuschauervoting ausgeschieden Helene Fischer Peter Fox David Gerrard Udo Lindenberg Rosenstolz Adel Tawil Annette Humpe Peter Seifert Florian Fischer Sebastian Kirchner Andreas Herbig Für Ich plus Ich Sportfreunde Stiller mit den Co-Produzenten Dave Anderson und Tobias Kuhn für Sportfreunde Stiller Matthias Affmann Kasper Tropf Wiens und Yandelay für Yandelay Andreas Herbig für Jochen Distelmeier Valikon für Silbermond Yandelay Die goldenen Zitronen Jochen Distelmeier Hell The whitest boy alive R.A.Gavi für seine Stiftung Saving an Angel